Hallo zusammen und direkt weiter nach der letzten Serie mit vielen Eingepassten. Sind wir noch willig, eine Serie dran zu hängen? Oder wie sieht es aus bei dir? Jawohl, so machen wir es. Gut, wir sitzen schon am Tisch, dann würde ich sagen. Gut, Lant auf ein Neues. Der sieht ja erst mal ganz gut aus. So, da drüben ist mit Trumpf nicht los, nicht viel los zumindest. Ja, wäre natürlich interessanter, wenn der Zwischen da nicht wäre oder du das noch nicht sehen könntest. Aber in Karo fallen ja auch nur die Elf Augen, deswegen spielt das auch keine Rolle hier, die sechs vollen. Ach, geht ja gar nicht. Du hast ja sogar noch Pik 10 gedrückt. Nee, ohne Trumpfstich sowieso nichts. Ohne Trumpfstich ging es nicht. So, ich weize zu viel. Mal gucken. Ja, das wollen wir doch hoffen. Normalerweise ist das doch gerade meine Schwäche. Wenn du mir doch ein bisschen entgegenkommst, dann bin ich doch froh und dankbar. So, Herz ist Trumpf. Ja, ich glaube, diesmal weiß ich zumindest, was ich aufspielen möchte. Aha, und da zeigt es sich wieder gar nicht immer so richtig perfekt. Was haben wir? Wir haben sechs Trumpf. Wir haben Drilling, Pik und Drilling, Karo. Nee, haben wir nicht. Ich erzähle Quatsch. Kreuz, König, Karo, Ass, Lusche und diesen Drilling in Pik. In der Konstellation, wo du wahrscheinlich die drei Piken oben hast. Kreuz, König gedrückt, Karo, Lusche sehr wahrscheinlich gedrückt. So, ist es jetzt besser, da rauf zu gehen? Ja oder nein? Pik 10 komme ich im Zweifel ohnehin nicht mehr ran. Ich glaube, dann kann ich da auch mal rauf gehen, damit ich wenigstens den verhackstücken kann. So. So. Alle Trumpfstiche können wir sowieso nicht machen. Du hältst es noch mal ein bisschen offen. Okay. Gut, Kreuz 10 ist eine sehr wahrscheinlich tote Karte. Ja, aber jetzt mal ganz kurz langsam, bevor ich jetzt wieder Würzeln mache. 11 und 7 sind 18 und 14 sind 32. Gut, ich mache es jetzt. Du kannst es wahrscheinlich gar nicht mehr falsch machen. Ich glaube, ich hätte es so oder so machen können, aber ich mache es jetzt mal so. Da wären auch genug da. Pik 10 oben. Jo. Genau so ist das. Ich mache jetzt so zu viel. Ja, bitteschön, bitteschön. Du hast ja gesehen, es geht auch alles mit mir. In dem Fall war jetzt mit einem Trumpf die blanke Eröffnung, war, glaube ich, Pflicht. Aber die war in dem Fall dann doch nicht so ein richtig schöner Treffer. Ich glaube, wenn ich den anders eröffne mit Karo, dann habe ich vielleicht eine Chance. Das kann ich. Ich glaube es auch. Das werde ich noch mal überprüfen. So, was haben wir hier? Ach, sogar noch ein Kreuz. Nee, ich erzähle auch schon wieder Quatsch. Ein gutes Spiel. Trumpf steht. Trumpf kriegen wir auch nicht getrennt. Dann spielen wir mal lieber gleich die Trämpfe, bevor du es machst. Fünf, sieben. Ja, schneiderfrei, mein lieber, schneiderfrei. Da ist, glaube ich, nichts groß dran in dem Spiel. Ja, ja, zu dürr. Zu dürr, aber nur ein bisschen zu dürr. Ja. Ja. Oh, der Trick mit der Liste verlassen und wieder eintreten, ja? Ich habe die Liste nicht verlassen. Ach so. Das stand da gerade. Ich bin in der Beziehung nicht abergläubisch. Ich weiß. Attraktiv, attraktiv, attraktiv. Schau mal, Ariel hat den Tisch verlassen. 11.53 Uhr. Ja, da waren sie wieder. Da waren sie wieder. Da waren sie wieder, meine Probleme. Geschlossen. Das ist erst mal ein gutes Zeichen. Muss ich zwar gleich ein bisschen mehr kalkulieren, aber dafür gibt es vielleicht auch bessere Chancen. Der lacht mich an. Der lacht mich an. Der lacht mich an. Nimm den dritten. Den dritten? Das wäre der. Ich verkneife mir mal meine Aussage, wie viel Prozent dieses Spiel meiner Meinung nach hat. Das war letztes Mal auch schon komisch. 78 wieder. Na, diesmal verkneifst du es dir. Gut, den dritten hast du gesagt. Dann gucken wir mal. Ei, 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 der hat... Der ist mir fast am liebsten übrigens. Ah, jetzt wäre es doch wieder der Erste gewesen, du. Ist das ein schöner Siebentrümpfer mit dreien und fünfmal Rotz in der Beikarte, ne? Karotzen, Dame, Herzkönig, Lusche. Und wenn der dir am liebsten ist, dann ist natürlich der Kreuzkönig gedrückt. Das wäre sowieso, das Spiel ist zu stark eigentlich, um den oben zu halten. Kreuzkönig, Karotzen wahrscheinlich. Oder Kreuzkönig, Herzkönig kann man da auch drücken. Ja. Das. Nochmal angenommen, du hast die beiden Herzen oben. Dann wäre natürlich Karo 18, gefolgt von einer blanken Herzdame. 32, Herz 10, König, Schmierung unten. Und dann kriege ich trotz alledem auch nur null Augenüberstich. Also es hätte, glaube ich, nie gereicht. Gut. Das schon mal dazu. Dazu. Vier Augenüberstich, oder? Hättest du gekriegt? Dein Trumpfkönig? Ja, dann wären es ja doch 60. Ich war ein Arztmann wieder. Stimmt. Ich kriege ja dann einen Vier-Augenüberstich aus 16, ne? Also nur mal angenommen. Ich glaube wohl, ja. Du hast Karo 10 unten, dann hätte es einen Siegweg gegeben, aber der hätte zwingend, denke ich, mit Karo Ass starten müssen. So, jetzt gucken wir das natürlich. Ja, tatsächlich. Ah, jetzt vergreife ich mich hier noch. Das ist ja alles wieder herrlich, du. War ja nicht so schlimm. Ja, Karo Ass hatte ich tatsächlich nicht in meinen drei Eröffnungskarten. Das war die blanke Herzdame, Kreuz Ass oder Kreuz 10. Mit Karo macht man ja potenziell zu viel auf. Mit Ass-Doppel-Lusche. So, ich bin jetzt mal ganz verrückt. Was ist das? War kein Ganghand, ne? Kein Ganghand zweimal, habe ich angesagt zumindest. So. Entweder hast du so viele voller oder es liegen so viele. So. 28 und 7. Auch kein Thema, ne? Auch kein Thema, ne. Karo Ass ist noch im Stock. Okay. Daniel. Was wäre jetzt eigentlich gewesen, wenn ich eine volle zugegeben hätte? Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Weil du ja darauf eigentlich nur noch gespielt hast, dass ich mich erwerfe oder ich bei dir oder wie auch immer. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob du mich ermahnst und zur Ordnung rufst. Achso, nö, 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 nö. Hast du getan. Du hast mich ermahnt und zur Ordnung gerufen. Das ist auch fair. So. Du liest mir schon mal wieder 500 vor. Ich habe hier noch nicht viele Belege und frage mich, ob das jetzt hier der Einstieg zum Comeback oder die große, ich glaube, das ist die große Falle. Nein. Das wäre dann wohl doch nicht die Falle. Damit hätte ich sogar eine Maschine gehabt, übrigens. Ja. Mein Kumpel, die Durststrecke, hat sich wieder zu mir gesellt. Okay. Aber, da sie mir sehr vertraut ist und sehr gut bekannt ist, grüße ich sie auch freundlich. Aber es wäre auch besser, wenn dein Kumpel die Durststrecke nächstes Jahr im Rocket-Finale nicht bei dir ist, als jetzt vielleicht in so einer kleinen Onde-Partie. So. Das ist ja hier auch wieder interessant. Da weiß ich ja schon wieder gar nicht, was ich jetzt alles drücken soll. Geht das Ding als krank oder machen wir da die Farbe? Wie balancieren wir hier unser Risiko? Das ist doch die große Frage. Ich glaube, ich habe ja gar nicht so besonders viele Optionen. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Sehr viel wird vermutlich vom Kartenstand abhängen. Kartenstand abhängen, und zwar insbesondere hier. So. Machen wir da jetzt irgendwie so einen... Vier Trümpfer draus. Hat der Zukunft? Nee, der hat doch keine Zukunft. Also du spekulierst zwischen einem Vier-Trümpfer und einem Grang. Das ist durchaus interessant. Und einem Null-Trümpfer oder Eintrümpfer. Schade, wenn du wenigstens so eins ohne Elben mal nominieren würdest. Ja, dafür habe ich genau den siebten Vollen zu viel hier im Blatt übrigens. Achso. Das ist die Karo 10. Das ist die Karo 10. Achso, du hast Ast 10, Ast 10, Ast 10 und Karo 10. Ja, ja, ja. Das ist interessant. So sieht es aus. Das wirst du ja gleich sowieso sehen. Damit verrate ich gar nicht zu viel. Ich glaube, ich muss mich hier einfach entscheiden. Und ich entscheide mich. Ja, wie entscheide ich mich? Ich schwanke jetzt wirklich noch zwischen dem Farbspiel und dem Karo. Den Grang machen wir, glaube ich, nicht. Das ist ein zu schlechtes Schank-Risiken-Verhältnis. Dann, statt dem Grang, würde ich eher den Karo spielen. Aber vielleicht spiele ich auch ein anderes Farbspiel. Ich glaube, wir machen mal dieses Farbspiel. Ich glaube, du hättest jedes Spiel gewonnen. Ah, sag mir doch, dass Peak 2-2 steht. Ja, natürlich hätte ich jedes Spiel gewonnen. So, jetzt war eigentlich nur die Frage. Können wir hier eigentlich noch was machen in Trumpf? Kleiner Spaß. Glaube ich schwer. Oder können wir mit der Karo 10 noch irgendwelche kleinen Tricks durchführen? Aber ich fürchte nicht, ne? Ich fürchte, da wird jetzt dreimal Trumpf kommen, ne? Ich glaube, ich hatte, es ging sehr, wenn der Peak-Doppelläufer kommt, dann werde ich wahrscheinlich jedes Spiel gewinnen. Wenn nicht, dann habe ich vielleicht bei diesen vier Trümpern auch eine kleine Chance, dann einen Trumpf vollen dafür zu holen. Aber so war es natürlich, war es mir natürlich lieber. Früher hätte ich mir über diese Spiele gar keine Gedanken gemacht. Und was ist dann passiert? Und dann habe ich festgestellt, dass man die auch mal verloren hat. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So. 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 Das ist bestimmt ein schönes Spiel, was jetzt passiert. Wenn das fällt, dann ist wirklich, das ist ein Beispiel dafür, dass Paranoia beim Skat noch nicht ganz gut ist. Karo einmal offen, gut. Ja. Kann nur so oder so, ich glaube, jetzt kann man mal so rein. Schade. Herz. König. Was haben wir denn da eigentlich? Sechstrumpf mit viermal Kreuz wieder dabei, was? Und Peak-10-Dame gedrückt. Ja, das Ding kann wahrscheinlich wirklich nur gegen einen sehr, sehr merkwürdigen Kartenstand. Ja, sagen wir mal so. Man spielt mit der Karte eher krank zweimal offen als Karo einmal offen, auf jeden Fall. Na ja, guck mal da. Immerhin steht der Kreuzkönig ja schon mal zu dritt dagegen. Ja, aber Trumpf ist nichts los. Na, in Trumpf kriege ich ein paar volle. Und werde doch dieses Spiel schneller gewinnen, immerhin. Ja, gut. Werdest du mich wieder ermahnt, wenn ich jetzt den Herz Buben lege, ne? Jetzt so wieder einen leichten Tadel ausgesprochen. Das kannst du ruhig machen. Einen kleinen Tadel, ja. So, Herz Ass ist die Karte für Maximum und dann kriegen wir noch acht Augen. Das wären ja gerade mal... Die Turnierskarte habe ich mit der Karte in Hinterhand noch nie Karo gespielt, übrigens. So. Ja. Ja, ja. Sieben Trämpfer mit Seitenass. Oh, wie schön. Und Trumpf steht zwei zu zwei mal wieder. Ist das zu fassen? Gedrückt. Kreuz, Dame und Pikönig. Oder... Ja. Wupp. Wupp. Ansonsten hätte ich nochmal Kreuz 21 hinlegen müssen, aber das war natürlich auch nicht Ziefen. Mensch. Ist ja sehr einseitig hier. 600 vor, obwohl ich nichts gereizt habe. Vielleicht gerade deswegen, ne? Nichts bekommen habe. So, und jetzt. Jetzt gibt es noch Hü oder Hot. Wunderbar. Wunderbar klingt nicht überzeugend. Wunderbar. Keine wirkliche Verstärkung. Aber ich kenne dich noch nicht so richtig. Wunderbar. Was wunderbar ganz genau bedeutet. Ja. Mit einer besseren Findung wäre ich jetzt vielleicht schon sehr optimistisch. Mit diesem eher Minimum-Findung ist natürlich auch wieder alles vorstellbar. So, rum geht's los und wir starten das Spiel. Ich würde tippen, du bist nicht favorisiert, aber ich bin mir nicht sicher. Nicht favorisiert. Na, wenn du geschlossen Kreuz spielst anhand meiner Karte, würde ich tippen, du bist nicht favorisiert. Ich will dich nicht durcheinander bringen, Daniel. Bitte. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich habe ja sowieso kein ganz leichtes Ausspiel, wenn du mich fragst. Ich glaube, wir müssen mal Herz aufschlagen. Guck mal. Fünf Trumpf dagegen und nur ein Pick. Ich denke, deine Analyse war einigermaßen zutreffend. Ja, ich lasse dir trotzdem ernst, Daniel. Ja, was heißt denn trotzdem? Wenn du es mitnimmst, kannst du Peak-Lusche schon auf dem Rückschub loswerden. Dafür kriegst du Kreuz 10 nicht mehr nach Hause, ne? Genau, genau, genau. Das wäre ja auch dusselig. Das wäre auch dusselig. Blank. Da ist ja, glaube ich, gar nicht. Da ist, glaube ich, nicht viel Musik in diesem Spiel. Ziemlich Larifari spiele ich den gerade übrigens. Ja, ich glaube, das hat doch wirklich nicht allzu viel zu bedeuten. Du hast ja auch noch... Nee, wahrscheinlich. Ich habe ja noch eine Drei-Punkte-Übergabe. Drei-Punkte-Übergabe. Es ist doch wirklich ganz, ganz langweilig. Ich spiele den auch ein bisschen Larifari, ne? Ja, wahrscheinlich nennt man das die Schockwirkung, aufgrund, dass du auch diesen extremen Kartenstand jetzt mal gesehen hast. So, Herr 10-Piep-Dame hat er sogar gedrückt. Ich muss mich auch da mal einstellen. So, schöner Ansatz. Na ja. Ach, die Glocke hier. Deswegen. Die Glocke, genau. Die Glocke haben wir ganz vergessen. So. Das sind doch nochmal 18. Hüpp. 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 Wie viel Gute lagen im Skat? Eigentlich lag kein Guter im Skat. Ja, diesmal hat er die Nerven behalten. Naja, das Spiel ist, glaube ich, stark. Peak 10 auch noch gedrückt. Ja, daran sieht man übrigens, was am guten Tag los ist. Am guten Tag, oder ein guter Tag versus ein schlechter Tag. Selbst so eine Keule, wo der Schnitt in Herz gelingt, hat hier keine Aussichten auf Schneider. Es lag nur 0,7. So, einmal noch. Ah, wieder ein Dreck drin, du. Hei, 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 hei. Ich glaube, du bist wieder nicht favorisiert. Okay. Bei jedem Spiel? Aber nur, wenn du seriös bist. Bei keinem Spiel bin ich favorisiert? Ja, wahrscheinlich, ja. Wenn du so fragst, wird es dann vielleicht doch eins geben. Ich kann ja aus diesen dankbaren Hinweisen schon was für die Drückung ableiten. Sehr gut, sehr gut. Ja, bei dem Zwischenstand in der Liste und in Anbetracht des Spiels 24 sind Tipps eben erlaubt oder Informationen, nicht Tipps. Okay, Informationen, es gibt Informationen. Ich werde das trotzdem mal wieder als geschlossenes Kreuz versuchen. Und ich glaube, wir starten mal mit dem Alten laufen wir los. Ach, Herr Schäfer und seine Drückung. Das drückt man bei dem Spiel. Irgendwie habe ich das Gefühl, auf jeden Fall mein erstes Gefühl sagt, ich habe zu viele volle. Aber Daniel hat nicht schnell nachgespielt, was mir wirklich ein bisschen Angst macht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wie kann Daniel sich denn jetzt bei dem Spiel so viele Optionen? Kauas 10 zu viert, Pik 10 zu dritt mit Dame 8. Und davon muss man zwei Karten drücken. In vorn, logisch, klingt ja erst mal. Ich glaube, dass das alles nicht gut ist, wie das gelaufen ist. Aber ich spiele es jetzt ganz gelangweilt. Logisch ist eigentlich, dass du ganz normal gedrückt haben musst. So, jetzt geht es ins Büro. 3, 10 gedrückt. Ja, ich glaube, ich stehe doch tatsächlich auf Sieg. Herz, das 10 noch drüben. 3, 10 gedrückt. 3, 10 gedrückt. Und was war auf dem ersten eigentlich los? Das habe ich schon vergessen. 5, 18. Ich stehe auf 18. Also hast du 5 Augen gekriegt auf Trumpf. Ach so, ja, da stand Ass, Dame und Pik, Bube. Genau, 18. Ja, ich glaube, ich gewinne. Trumpf 3, 3 ist doch zu günstig für mich jetzt. Und vor allen Dingen, dass jetzt nach Überstich kein Trumpfstich mehr draußen ist. Ach, ja, 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 ja. So, 18. Schnipp, schnapp. Nee, ich hatte die Hoffnung, dass du vergessen hast, dass das Herz ruhe hoch ist. Ja. Ich glaube, das hätte funktioniert. Schnipp, schnapp. 66. Na, der Krang hatte auch Optionen, ja. Der Krang wäre mit 20 runter. Naja, 4 Volle mache ich dann schon mal Bauern kommen. Karo König zu dritt. Bauern kommen, ja, ja. Wahrscheinlich würde das... Wahrscheinlich hätte ich den auch gewonnen über einen Herzvollen, ne? Ich hatte zu viele Volle, ja. Gut, das war trotzdem eine schöne Klatsche hier. 600 Punkte rund. Führungswechsel. Dass diese, aber dass diese Theorie immer wieder wirklich... Also gut, die erste Liste hast du gestartet und du gewonnen. Ob ich die jetzt perfekt gespielt habe, mag mal dahingestellt sein. Aber jetzt habe ich wieder gestartet und ich habe die Pakete bekommen. Sehr interessant. Naja. Wir behalten das im Auge. Wir behalten das im Auge. Alles klar, Daniel. Man sieht sich vom Skat. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.